Hallo Leute, willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute präsentiere ich euch die 6 limitierten Auflagen der FIFA 365 2018er Serie, die es nur exklusiv im Panini Online Shop gibt. Da hat nämlich Panini eine kleine Aktion gestartet, ihr könnt nämlich im Panini Online Shop die limitierte Auflage von Neymar bekommen, der bei Paris natürlich spielt. In der Serie in diesen normalen Boostern befindet sich Neymar leider noch bei Barcelona, aber als Limi hat sich Panini gedacht, ja, hauen sie einfach mal Neymar bei Paris raus. Richtig, richtig geil, ist auch stark hier mit 99 Angriff. Das ist die erste exklusive Limi, die es im Panini Online Shop gibt. Da seht ihr immer bei den Angeboten, die es da gibt, ähm, Starter Pack plus Display, sag ich mal, und ihr bekommt da zwei exklusive Limi's mit dazu. Seht ihr immer auch noch welche. Ich präsentiere euch mal die 6, die ihr bekommen könnt. Nämlich als nächstes dann noch Harry Gain, limitierte Auflage, den Engländer. Hier ebenfalls mit 99 Angriff. Dann Armin Younes von Ajax Amsterdam. André Apfelschülle vom BVB, die vierte. James Rodriguez das gleiche mit, ähm, wie bei Neymar. James Rodriguez wusste ja auch keiner, dass der, äh, zu den Bayern geht. Und hier natürlich im Diensten und im Trikot der Münchner James Rodriguez das gleiche auch mit Romelu Lugaku bei Manchester United. Ebenfalls hat er hier 99 Angriff, also für die FIFA 365 App auf jeden Fall lohnenswert. Sechs starke, sechs geile Limi's. Am geilsten natürlich in meinen Augen Neymar, weil ich den Typen einfach feiere, muss ich sagen. Einen Booster habe ich jetzt hier auch noch mit dabei, weil, ja, ich wollte euch nicht einfach nur die sechs Limi's zeigen, sondern auch einen Booster hier noch öffnen. Zack, was haben wir hier noch dabei? Club America Fans, meinen Stein, was als ob, where, in diesem Booster ist einfach messy, where, ha, alter, als ob. Jetzt denken bestimmt alle, ich habe geknickt oder so, aber man kann ja nicht knicken bei der Serie. Heftig, Peckluck, Leute, Messi einfach gezogen, Khedira, Dominguez, Mascherano und Yatricic, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ha, heftig, ey. Messi, Top Master. Holy moly, habe ich den schon? Äh, wie habe ich die Hülle mit den Top Mastern? Ich glaube noch nicht, ne? Ich habe den noch nicht. Boom, umso geiler. Ich habe hier Giggs-Legende, Ronaldo, Luka, äh, Pogba, dann hier diese Invincible, 110 Karte und jetzt noch Lionel Messi, Leute. Peckluck is da. Also wenn dieses Video hier nicht die, keine Ahnung, die 200 Däumchen schafft, weiß ich auch nicht, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Checkt den Panini-Online-Shop aus für die exklusiven Limi's. Das geht einfach nicht geiler, Leute. Messi, Top Master hier. Einfach geil. Einfach, einfach, geil, oder nicht? Leute, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Däumchen nach oben da, abonniert mich kostenlos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.